Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir stellen uns jetzt im Aldi an, alle Kasse Ich wollte aber nicht im Aldi einkaufen Wir gehen jetzt auf die Reise und suchen Zuckerrohr Ja, das sag ich ja immer, ne? Ja, das sagst du immer, schon die ganze Zeit, die ganzen 325.000 Folgen schon Weil wir wollen jetzt endlich mal den Zaubertisch uns bauen Weil einige unserer Zuschauer haben uns darauf hingewiesen, warum wir den ja nicht endlich schon gebaut hätten Da könnten wir unsere Rüstung etc. verzaubern, unser Schwert verzaubern Ja Ja, wir haben es immer wieder verschwitzt und hatten andere Dinge im Kopf So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den am besten Verschwitzt? Ja, es ist mal so warm hier drauf Versagt dein Dio? Ne, ich hab neues Ah, dann ist ja gut So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier was finden Wir werden jetzt hier mal Ich hab hier schon geguckt und hab hier nichts gefunden Ja, folgt mir einfach mal unauffällig Hier war ich überall schon Ja? Ja Okay, oh Ich bin sogar auf der anderen Seite gewesen Wow, dann lass uns mal hier durch die Hütten kraspern Ja, wieso? Findest du ja nur am Rand hier, ne? Nicht nur, aber Aber immer in die Nähe von Wasser Ja, das stimmt Das stimmt Dann lass uns mal da rüberflitzen Warst du da auch schon? Ähm, ja Bis da hinten zu der Ecke bin ich gekommen Okay, dann hast du geschrien Und dann hast du geschrien Jetzt ist es im Moment hell Dann lass uns mal einfach hier weitergucken Dann musste ich, weißt du Bisschen dann noch da Ja, jetzt einfach querfelder ein Irgendwas müssen wir ja machen Oder nicht Also ich laufe gerade mehr oder weniger durchs Wasser Okay Ja, irgendwann müssten wir was finden Ja, aber es sieht schlecht aus Ich hab mir schon überlegt Ob das vielleicht die falsche Gegend hier ist Ja, meinst du vom Biom her? Ja, genau Mir fiel es nicht ein, danke Hä Möglich wär's ja, ne? Ja, möglich wär's Hier ist auch nichts, ne? Nee Hier ist immer nur Gras Ja, und zu viel Sand Da gedeiht das Zuckerröhrchen nicht Nee Hier ist gar nichts Hier ist scheißendreck Komm, wir gehen mal hier rum Oh Aber ist das doof Wie redest denn du? Und es wird dunkel Du weißt genau, dass wenn es dunkel wird Wir ein Problem bekommen Nein, dann können wir Punkte sammeln Aha Wir können Punkte sammeln Ja, wenn wir dann in Zauber Oh, Spack gerade hier rum Ja, bei mir auch Ich dachte schon, das wäre Ich glaube, ich hab Zuckerrohr Echt? Ja, ich glaube schon Oh ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's Äh, nicht so abbauen Oder? Doch, kann man einfach so mit der Fackel jetzt Wow, geil, guck mal Was ist mit der Fackel? Ja Verdammt nochmal Was denn? Was denn? Das macht mich nicht Ja, okay Okay, wir haben's Warte mal, wie viel hab ich? Zwölf Stück Das ist gut Kannst du ein bisschen was bei uns anbauen? Ja Komm, wir gucken, ob wir noch Bevor es ganz dunkel ist, noch was finden Also bei mir ist noch nicht so Aber Ich bin ja auch nicht so empfindlich Weißt du? Ja, nein, durch den Shader Sehe ich das etwas früher als du Ja Dann haben wir schon mal ein bisschen was Schon gelegt Siehst du noch was irgendwie? Hm Also ich hab ja eine höhere Reichweite Jetzt von der Sicht-Einstellung her Als du, aber Ich seh nix Nee, ich auch nicht Uiuiuiuiui Oh, es wird kacke dunkel Böse Falle Sag mal, könntest du vielleicht nicht so rasen? Ich hab Angst alleine Okay Okay Ich warte hier Ich bin mit dem echt Warte, ich muss eben hier hoch Bup, bup Wo bist denn du? Wir schwimmen gern Sonnenuntergang Wie sieht das nicht romantisch aus? Geile Aufnahme Zack Aufgenommen Viel Schott So, wir haben zwölf Stück Das ist ja schon mal ein bisschen etwas Aber Ja, ein bisschen etwas Wenn wir das doch bei uns anbauen Verstehst du? Ja, das dauert aber eine ganze Zeit Können wir formieren Ja, aber wir haben doch noch Knochenmehl Meinst du nicht, das hilft? Weiß ich nicht Ich weiß es nicht Wir kommen nach Hause Lass uns probieren Jetzt ist es zu dunkel Jetzt wird es dunkel Hihi Okay, dann lass uns zurückgehen am besten Ja, folge mir Wir gehen am besten durchs Wasser, finde ich Mhm Ähm Oh, cool Was? Ja, ich kann hier unter Wasser gucken Ja Oh, guck mal, der Mond Wo, wo? Der Mond ist aufgegangen Die goldenen Sternleiter Nee, ist klar, Schnittchen Ach Mensch, du gönnst mir nichts Doch, doch, doch Alles, alles Boah, ist das tief Aber nicht zum Singen, ne? Boah, ist das tief hier Alter Oh mein Gott Meine Kopfläuse, die ärgern mich gerade wieder Ja, waschen, waschen Ich war gestern duschen Ja, das hat nichts gebracht Man sollte sich auch die Haare waschen Man duscht Du bist so ein netter Kamerad Ja Ups Was machst du jetzt schon wieder für ein Blödsinn? Ich wollte nur gucken, was das hier ist Und? Äh, nee, nichts Interessantes Komm Schade aber auch nicht, war nicht? So, geh mal vor, du hast die Map an Ja I have no map, I can, äh, cooking Äh, wieso willst du was kochen? Äh, ja, I can lucky lucky machi Can cooking My English is very much, but it goes Yes, yes Das reite Ähm, weiß sie nicht so viel Komm, wir laden schon einfach mal hier drüber Oder sollen wir da durchs Wasser weiter? Na, geh mal ruhig durchs Wasser Du hüpfst gerade so schön, das sieht so witzig aus Cool, ne? Bisher sind wir sicher Bisher, ja Bisher sind wir sicher Aber das kann sich blitzartig ändern Ja, es geht schnell Ja, wenn der Olle Kubus kommt Wo müssen wir denn hin jetzt? Äh, immer rundherum Immer rundherum? Immer rundherum Noch 3x24 Meter Läufst du jetzt da her? Hier ist im Moment nichts Schrei nicht, wenn was kommt Ne, ne, ich schrei nicht Di, 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 di Obwohl ich sehe auch nichts Ist schon sehr ungewöhnlich Ja, ne? Ja Aber ist doch schön Ich seh dich, ich seh dich Das ist gut Hier ist überhaupt nichts los Toll Ich hab gewechselt Fackeltechnisch Aber Ist jetzt nicht wirklich viel heller bei mir Ich seh keine Monster Ich ruf nicht Ich glaube Warte mal Ach, steht auf friedlich Deswegen kommt doch nichts Echt? Wieso Wieso ist da noch friedlich? Weiß ich nicht Ich hab letztens was ausprobiert Dann hab ich das umgestellt Weil ich meine Ruhe haben wollte Ha Und hab vergessen umzustellen Aha Der Kubus Was Der Kubus Was Genau Wo bist denn du jetzt? Ach hinter mir Wohin? Rein theoretisch geradeaus Ah, da hinten sind Monster Wir lassen uns durch Wasser gehen Ja, jetzt ist auch Hast du schon umgestellt? Ja, ich hab umgestellt Ja, ist das sonst langweilig? Naja Sicher zu Hause anzukommen finde ich nicht unbedingt langweilig Aha, wir schaffen das Oh, da hinten sind Endermänner Ja, toll Und ich seh Licht Ja, toll Folge mir einfach unauffällig Ich pass auf dich auf Ich hab meine eigene Möp So Da ist unser Oh, guck mal Das sieht aber cool aus da Siehst du das? Ja, ist alles schön beleuchtet Ja Guck mal Bing, bing Look, ist nice Echt Der Enderman ist beschäftigt Ja Mit Erde klauen, oder? Ja, klar Jetzt können die am besten Erde klauen Ähm, da schwimmt eine Spinne Wo? Direkt vor dir Ok Okay Die schwimmt mir irgendwo mehr hin Hihihihihihihihihi Komm, gehen durch Wasser weiter Oh, ist noch ein Enderm House Lass uns hier weiter durchs Wasser Komm mit Ja, einfach weiter schwimmen Oh, das sieht stark aus Guck dir das an Da dumm, die dumm, die dumm Guck mal hier auf meinem pulled Das sieht doch richtig cool aus Vor allem das Ähm, spiegelt sich so schön auf dem Wasser Das hab ich nix Nö Und ich bin nicht eifersüchtig Aber ich всегда Oh Ich bin denn auch Ja Neidisch Kriegst du. Nee, Fledermaus im Wasser. Nee, ist klar. Oh, falscher Knopf. So, jetzt müssen wir gucken. Wir kommen da nicht rein. Weil wir alles zugebombt haben. Ja, aber wir können noch da... Wo bist du? Ach, da. Links ist ein Zombie im Wasser. Ich schwimme trotzdem jetzt einfach mal hierher. Schwimmst du mit? Ja, ich bin hinter dir. Also neben dir. Wir können jetzt hier hochgehen. Hinter dir. Neben dir. Vor mir. Wir kommen doch jetzt hier über die Treppe. Genau. Tata, hast du gesehen? Pass auf, wenn du ins Haus gehst, ne? Ja. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich gucke erst. Also hier ist nichts. Ich sehe auch nichts. Nein, alles gut. Okay, dann würde ich sagen... Warte, warte. Wir machen uns jetzt erstmal ein Buch. Ja, nee, warte. Wir müssen... Also du musst ein bisschen Zuckerrohr übrig lassen. Ja, ja. Ich brauche nur drei Stück für ein Buch. Warte. Wo haben wir denn hier... Ich weiß genau, dass wir Knochenmehl hatten. Was ist das denn? Niederquartz. Das ist fast Knochenmehl. Oh, nur fast. Hä? Hä? Nee, das haben wir doch alles aufgebraucht. Niederquartz. Echt? Wieso haben wir das denn aufgebraucht? Diamant. Wir. Du. Ja komm, dann müssen wir jetzt Skelette schlachten gehen. Schwarze Wolle. Ich gehe auf die... Ja, mach mal. Ich mach mal eben ein Buch. Wir haben kein... Wir haben kein Dings. Wir können gar keine... Wo ist denn das Leder jetzt? Was? Ich hab kein Leder. Ich hab die Schere mitgenommen, weil ich fest der Überzeugung war. Hä? Ich hab das Leder doch heute noch... Ach, da ist es doch. 16 Stück. Ich hab fünf Knochen. Ja, mit dem Kubus und dem... Echt? Wo ist denn das jetzt? Ja, hab ich... Hab ich... Bei mir im Inventar hab ich gar nicht gesehen. Ich durfte... Du bist da ein ganz klein schlauer. Ja, ich weiß. So. Danke. Und jetzt? Warte, ich mach jetzt mal eben... Eigentlich... 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 Ja? Druckplatte. Eine einzige hab ich. Ich mach mal eben... Repariere unseren Tisch hier vorne, ja? Ja, mach mal. Ich mach jetzt mal eben ein Buch. So, was auf? Ein Buch. Vier Zäune hab ich. Wie viele Zäune brauch ich? Dann warte mal umdrehen. Ach so, Leder. Das geht doch gar nicht. Ich muss ja erst mal Papier machen, ne? Ja. So. Dreimal Papier. Und wir haben das erste Buch. Wir haben das erste Buch. So, aber wir brauchen noch... Hörst du die Spinne nicht? Ja, ich hör die auch. Okay, solange... Aber ich seh die nicht. Wir haben aber kein... Wir brauchen Dings. Ja, was denn? Obsidian. Oh. Stimmt. Schwarze Wolle. Nix. Mh... Nix. Äh, nix. Äh... Schwarze Wolle. Aha. Scheiße. Ja, aber die können wir ja nicht, äh, nutzen. Nee, wir brauchen... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim letzten Mal... Hä? Wir brauchen Obsidian. Oh, die drohten wir jetzt auf den Tisch. Wir brauchen Obsidian. Ich kotze gleich. Ich glaub das ja wohl nicht. Was glaubst du nicht? Der... Hm. Okay, dann müssen wir. Ja. Veräppelt mich hier. Ja.